Ulihd at googlemail.com Natürlich auch noch das Video dabei senden Und Das war's auch schon Dann kommst du vielleicht in die Compilation Viel Spaß bei dem Video Hallo Leute, herzlich willkommen zu Part Nummer 6 des Ultimate Team Let's Plays Diesmal gibt es ziemlich viel Partien und wenig Menüarbeit Es geht nämlich direkt rein Wir können direkt starten Hier die Partie gegen irgendjemanden mit Abkürzung SIG Keine Ahnung was das ist Erstmal die erste Minute nochmal abwarten Und jetzt die Tore anschauen Da haben wir einmal hier Dumbia Hat er gut gemacht Ball nämlich nochmal verloren Aber was passiert jetzt? Der Gegner kommt auf die Idee uns den Ball einfach zu spielen Von daher, warum nicht? Also ich lasse mir das gefallen Wenn der Gegner unbedingt will, dass wir gewinnen Dann mache ich das so natürlich sehr, sehr gerne Diesmal ist es auch eher eine kurze Folge Das muss ich jetzt schon mal gleich sagen Das sind knapp 6,5 Minuten glaube ich Und es geht einfach direkt weiter Jetzt Gegner Kopfball 90. Minute 1 zu 1 Das war bitter Also da habe ich mich echt geärgert zu dem Zeitpunkt War echt heftig Und jetzt seht ihr hier die Entscheidung Nur Verlängerung wollte er haben Gehen wir das Spiel fortsetzen Jetzt passt mal auf Passt mal auf, was in der Verlängerung passiert Passt einfach mal auf Es wird sehr interessant Ich habe den Part jetzt ziemlich kurz gestaltet Gestaltet hier Erstmal gefakt Falscher Okocha nicht hinbekommen Dann Eduardo schließt das Ding ab In den Winkel Geiles Ding Gut geschossen Wir sehen es glaube ich jetzt nicht mehr Ich habe den Okocha oder was auch immer Das ist nicht ganz hinbekommen Diesen Teil Diesen Overhead Kick Overhead Flick Habe ich nicht ganz hinbekommen Aber dann der Abschluss Umso schöner Carlos Eduardo Und dann noch mit einem Roulette Und dann das Ding Oben rechts reingepfeffert Und hier schon wieder Passt mal auf hier Jetzt pass auf Tor Carlos Eduardo 120. Minute 3 zu 1 Auch wieder nach dem missflückten Overhead Flick Oder wie auch immer man das Ding nennen mag Weil dieser erweiterte Okocha ist das ja wohl dann glaube ich Also eins von den beiden Okocha ist ja der normale Und das ist der erweiterte gewesen Den habe ich jetzt nicht ganz hinbekommen Den habe ich irgendwie zweimal versemmelt Aber dann danach direkt das Tor geschossen Und jetzt geht es auch schon direkt in die nächste Partie Das ist nämlich Wer ist denn das? Habe ich da nicht gegen irgendjemanden gespielt Ich glaube das war Rote Zora 66 Gegen den ich da gespielt habe Oder irre ich mich da? Nein das ist Rote Zora 66 Der hat nämlich mich ordentlich Gezockt 17. Minute Schürrle Der hat sich richtig Mühe gegeben Um mir hier eine kleine Blamage beizuwinken Aber passt mal jetzt auf André Schürrle hat der auf jeden Fall Der ist richtig gut der Kerl Den kennt ihr Und jetzt Marco Marien Pass in die Mitte Müller Und 2 zu 0 Ja 45. Minute Er hat ein gutes Team zusammengestellt Auch mit den Bayern-Trikots Genauso wie ich Ich habe mir dann das Rote genommen gehabt Ich habe ja jetzt beide Bayern-Trikots Das Rote So wie das weiße Auswärtstrikot 3 zu 0 habt ihr gesehen 4 zu 0 Schürrle Und als ob es nicht anders wäre 5 zu 0 Schürrle Und als ob das nicht genug wäre Nein natürlich nicht Jetzt bei 5 zu 0 ist Schluss Ich will mich jetzt nicht hier endlos blamieren Das war schon ein heftiges Spiel Also ich habe mich da richtig richtig geärgert Er hat mir auch noch ein paar Er hat mir noch ein bisschen geholfen Insofern Weil er hat nämlich nicht jedes Ding reingemacht Da hatte ich noch ein bisschen Glück Sonst hätte ich nämlich euch hier ein 7 zu 0 Oder ein 8 zu 0 zeigen müssen Weil das war echt heftig Also manchmal wundere ich mich selbst Warum ich so schlecht spiele Es ist irgendwie Gar nicht mal so einfach Wie ich gedacht habe Aber je nachdem Je besser mein Team wird Desto besser kann ich auch spielen Boah Jetzt muss ich mal was trinken Es geht ja noch Während wir hier die Menüarbeit machen Könnt ihr ja alles so verfolgen Ich habe ein paar Auf die Auktionsliste gesetzt Ich habe ein paar verkaufen wollen Erstmal noch Verträge anwenden Müssen wir auch noch machen Da hat irgendjemand was vergessen Ne, ne Habe ich jetzt einfach mal nur überprüft Ob man da irgendwas verbessern könnte Außerdem habe ich mir das mal angeschaut Ob man nicht auf Formationen ändern Kann aber natürlich auf 41212 ändern Ist das teuerste von allem Das kostet 17.000 manchmal Hat mir jetzt zumindest mal Ikka Kassiers 001 gesagt Das ist übrigens mein bester Berater Was Ultimate Team angeht im Moment Der hat mir ziemlich Ziemlich viel Mitgeteilt Im Moment redet er hier auch noch Über was anderes Er will unbedingt Podolski Super in Form haben Oder sowas Auf jeden Fall gibt es Podolski Mit 84 in Form Und mit 85 in Form Sagt er mir Jetzt aber erstmal hier die Tore Wir haben hier das 1 zu 0 Durch ein Sogbier Und jetzt einen schwarzen Bildschirm Ich sehe hier leider nur schwarzen Bildschirm Das ist aber jetzt gerade mal Gar nicht so schön Ich habe hier nur schwarzen Bildschirm Ihr werdet natürlich was sehen Weil ich das Video wieder neu Dann anschauen werde In der Zeit sind auch noch 2 Tore gefallen Die habe ich jetzt leider nicht gesehen Die kann ich jetzt nicht so kommentieren Aber hier sehen wir das 2 zu 2 Das sehe ich nämlich jetzt wieder Ihr habt ja schon mal gesehen Ich hatte bei manchen FIFA Videos Schwarzen Bildschirmer gehabt Am Anfang Das war ein Problem in Sony Vegas Das habe ich allerdings hier gelöst gehabt Aber wenn ich hier in Sony Vegas was öffne Und dann kurz zwischendrin was anderes mache Mit einem anderen Programm Dann werden manche geladenen Dateien schwarz Und die sehe ich nicht Deswegen konnte ich jetzt gerade 2 Tore nicht sehen Aber solange ihr sie im fertigen Video seht Ist das ja kein Problem Jetzt seht ihr hier noch wie Varela Das Ding schön rein macht Da schauen wir nochmal genau hin Und jetzt in der Wiederholung sehen wir Dass der Gegner anscheinend keine Lust hatte Weil es jetzt auf einmal 2 zu 2 stand Weiter zu machen Denn passt auf Das Spiel hängt Und was passiert jetzt Der Gegner bricht ab Das war echt komisch Jetzt ist die Verbindung unterbrochen Und am Schluss ist es dann 3 zu 3 ausgegangen Jetzt habe ich 2 zu 2 gesagt Was rede ich denn da 3 zu 3 ist es ausgegangen Ja und das ist das Ende Ich danke euch fürs Zuschauen Ich freue mich über Bewertungen und Kommentare Das war jetzt ziemlich ziemlich heftig Und schnell kommentiert Ich hoffe das ist nicht so schlimm Muss jetzt auch hier noch ein bisschen über die Länge ziehen Aber egal Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Euer Alex